... wenn der jetzt die Rookie-Trophäe aus den Händen von Wolfgang Schlosser in Empfang nehmen kann. Tomas Hill überreicht jetzt die Truffäe für den zweiten Platz erneut an Esteban Ocon, der auch ordentlich abgerollt hat hier am Nuchis Ring. Und der Tino Ferrucci bekommt für seinen Erfolg, für seinen Erfolg. Und hier kommt der Händen von Wolfgang Schlosser auch bei der Wolfgang Schlosser. Ich hab das jetzt einmal aufgekauft und dann nochmal vorne an der Börsenbrade und hier gibt es natürlich eine rückte Tektosche. Jetzt vor allem hier in den Händen von Wolfgang Schlosser. Und dann kommt der Rookie-Trophäe für den nächsten Viertel. Und dann kommt der Rookie-Trophäe für den letzten Tag wieder umgekehrt. Und jetzt ist das dann auch schon beim Nuchis Ring. Und dann kommt der Rookie-Trophäe für den nächsten Tag zurück. So, der Fahrrad ist wieder raus, bis hier vorne bei Obermeister Stadtverband, natürlich auch die Fahrrad noch wieder raus. ... und auch der GTF der frühen Jahre, die jeweiligen Zuspitzung, wie diese Meisterscheibe, die Sie nun hier sehen, bei den ADAC Doris Ring Race Classics, bei unserem Schaulaufen der Wendel-Legenden. Mit der Startnummer 61, jetzt auf der Start- und Team-Raden, der war ein bisschen lauter unterwegs als viele andere, ein Team-Raden, der für Grundmann, ... Applaus ...weichen und trauen, äh... ...kanzial streichen der Vogelbank aus dem BmbH, an dem BD-Counter. Das BmbM3, wir schauen mal ins Feld, wo wir den ersten sehen. Das Feld, das angeführt wird von zwei Can-Am-Fahrzeugen und damit der Startnummer 31. Da sehen Sie bereits einen schwarzen BmbM3, der stammt aus der Saison 1988. Das war das Fahrzeug von Michael Krankenberg, der Bmb-Toner aus dem Schwarzweil. Landfahrer war ein Däne, nämlich die damals nach Europa kamen, um Autorennen zu fahren. Und diese beiden Fahrzeuge führen diesen Corso an. Interserie-Fahrzeuge. Das rote oder orange-rente Auto, ein McLaren-Chassis und das weiße Fahrzeug ein Lola-Chassis. Beide mit Chevrolet-Moteuren unterwegs. Also großvolumige 800 Autos. Die Akademie verweiten sich. Die Fahrzeuge ist auf 2.8 kreisend. Die Beide mit E-Fahrzeug aus dem Auto. StGB und die Fahrzeugauscheibe zu verarbeitet von 484. Die sind für den Leiners genieblichsten deutschen Produktionswagenmeisterschaft. Das war's. 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 Im Augenblick werden wir in die Kopfschwelle hineingefahren, ist ein Volvo 240 Turbo, ein Autor aus der deutschen Produktionswagenmeisterschaft 1985. Und das Fahrzeug, wie die damals naturgemäßen Leute aus Schweden stammten, auch schwedische Fahrer hatten, nämlich Per Stübesson, das war ein Malermeister aus Schweden. Und vor allen Dingen einen schwedischen Kackpiloten, der bei der schwedischen AG sein Frieden war, nämlich Per Gunnar oder Peggen Andersson, die nicht so Volvo 240 fahren. Wir sehen hier einen guten und goldenen BMW M3 der Baureihe E30. Der BMW M3 und der BMW M990 im 5-Grad weitergelegt. Und das Fahrzeug, die Wege von einer fähigen VW M3, der in der BW M3, der in der BW M3, der in der Stadt Ruhle. Und wir sehen hier noch einen großen Kackpiloten, das ist ein bisschen wie der vor allem. Und das ist ein bisschen wie der BW M3, der in der Stadt Ruhle. in Bezug auf den BMW des M-Car Racing Teams, also Michael Krankenberg. Und das Auto, das die ganze Zeit Flangenledien fährt auf der Start- und Zielgeraden, das ist der BMW 635 CSG Gruppe A und da sitzt seine königliche Ohrheit am Steuer mit Seehoffold. Wir sehen eine Reise in Kachrack und Anbetter, der ist so wichtig, dass er in Bezug auf der STI, der ist so wichtig, dass er dieselbe Kammerung abgibt. Und dieses Fahrzeug perfekte er der 2.1 × an, die am Steuerlust habe ich frei. Und das ist ein bis zweitensастиes Kachrack. Und das ist schon eine 2.4 Stdengel, der ist für Edo und 1.3, die flopert und der 2.2 fliegt, der 2.1 Werkers発banken, 1935, den Sie jetzt in diesem Augenblick auf der Start- und Zielgeraden sehen, in der Deutschen Rennsportmeisterschaft unterwegs war. Damals ein schwierig zu fahrendes Auto mit vier Vorwärtshängen, mit einem großen Turbolader und mit 670 PS, die erst einmal gemeldet werden wollen. Und das war das Werk eines damaligen Porsche 935, der diese Porsche 935 konzipierte, durch ihre Einsatzjahre hindurch begleitete und der auch der geistige Vater des Nachfolgemodells des Porsche 956 war. Auf der Start- und Zielgeraden jetzt ein Paket von Fahrzeugen, die sehen einen BMW M1, auf dem eine große Jeans zu sehen ist. Das ist der Jeans BMW M1, der damals eingesetzt worden ist von einem Markisen, der ist erlaubt. Der debütierte in diesem Karsani BMW M1, mit der großen Jeans vorne aufgeklebt und fuhr sich gleich in die ersten der Teamchefs. Und damit war der Ding bis in die Formel 1, der wird vorgezeichnet für Christian Dallard in den Karsani. Sieben hierzu der jahrneur, die ist numero 10 zouden viene und puppeiren und mit dem einigen Sisters. Und mit dem Jahr 1972 dieses Fahrzeug noch mit klassischer Vergasertechnologie hier unterwegs bei frechseller Motor eingebaut mit Weßer Doppelvergasern. Damals gab es keine elektronischen Kontrollen. Das ist ein Fahrzeug in einem schwarzen Warsteiner-Programm. Das ist ein Auto aus der frühen Zeit mit einem neuen DCS, die im Jahr 2000 wieder an den Start ging. Und zwar jetzt wird der Startnummer 6 auf der Start- und Zielgerade. Mit dabei auch der M&Bels-BMW nach wie vor, der heute von Richard Weber aus Rosenheim gefahren wird. Er hat dieses Fahrzeug kurz nach der Jahrtausendwende übernommen. Wir warten wieder auf die Spitzengruppe. Da sehen wir den Can-Am mit Meterschleifer, das Chevrolet-Fahrzeug. Und wir sehen jetzt doch, dass einige Fahrzeuge sich mal trauen, auch nebeneinander zu fahren. Überholverbot heißt ja, dass sie nicht passieren dürfen, aber sie dürfen zumindest mal auf gleicher Höhe fahren. Und das tut natürlich auch der Harald Ruhst mit dem BMW M1. Und das tut wirklich an der Dachbäuern sich nicht mehr, Scoot. Und das tut dann immer los lidtessen. Und das Ganze ist auch der Ort. Und das ist auch der Grund, der gut macht sich nicht mehr. Und sie müssen jetzt noch, wenn Sie jetzt auch hier mal auf die Spitzengruppe machen. Und dann lauert Sie auch nicht mehr so. ... zu verschießen von den Novus Big Race Classics, denn die Schadenswerke ist schon lange nicht bereit. Das war keine Grundsteinlegung in den Sportwagensektor hinein. Er war dreifacher Le Mans Sieger im Jahr 2000, 2001 und 2002 auf dem Audi V8. Viele von ihm werden das miterlebt haben und vor einer Woche ist Frank Bieler noch beim 24 Stunden Rennen auf der Nürburgring-Launch-Leise unterwegs gewesen. Der gelbe BMW M1, wie Sie jetzt da auf der Start- und Zielgeraden sehen, das ist das Kreistelefon. ... ebenfalls aus dem Rennschall des Markisenherstellers Manfred Kassani, aus dem auch der S-Jeans BMW M1 stammt. Dieser Kreis ist für die Kassi-Lazen. Dieser Kreis ist für die Kassi-Lazen, mit einem sichern Denkrad, der sie dann auf dem Rennen 5,70 km in der Nürburgring-Launch-Leise. Die Kassi-Lazen ist für die Bedeutung. Die Kassi-Lazen ist für die Kassi-Lazen und die Gassi-Lazen in die Winde-Lazen. Dann waren diese BMW M1, das gelbe Kreistelefonbuchauto, siegfähig mit Fahrern wie Manfred Findenbrock. Wir sehen jetzt das schwarzwaldskarrierte Tuch bei Start und Ziel. Das bedeutet für die Teilnehmer der Norisring Race Classics eine letzte Auslaufrunde und eine letzte Auslaufrunde. Bei diesen Fahrzeugen auch, wie bei dem modernen Rennwagen, eine Kugel dauernde Auslaufrunde. Wolltet man zum einmal coolen Rennwagen die Kugel in die Temperatur wieder auf eine entsprechende Auslaufrunde. Aus der Kugel an der Kugel an der Kugel an der Kugel an der Kugel. , 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 ,,ignei researchonto",, ,, ,,